Ja, auch erstmal von mir, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir hier mal ein bisschen über den Krieg, der uns, glaube ich, alle ziemlich belastet, ins Gespräch kommen. Ich denke, es ist eigentlich dringend notwendig, dass da auch von der Friedensbewegung mehr kommt und mehr passiert. Es gibt ja viele, die organisieren, aber ich glaube, es gibt auch sehr viel Unstimmigkeiten untereinander zum einen. Und zum anderen fehlt dann natürlich auch so ein bisschen die Durchschlagskraft. In ATAK haben wir auch teilweise sehr kontroverse Debatten zu dem Thema, die, glaube ich, sowohl innerhalb von vielen Regionalgruppen als auch auf Bundesebene geführt werden. Wir haben allerdings auch vor mittlerweile knapp einem Jahr ein, wie ich finde, sehr gutes Papier im ATAK-Rat verabschiedet. Das ist so eigentlich das Gremium, das auch so ein bisschen für die strategischen Grundsatzentscheidungen bei ATAK und Grundsatzdebatten zuständig ist. Insofern denke ich auch genau das richtige Gremium. Und da haben wir ein Eckpunktepapier zum Krieg in der Ukraine verabschiedet, das sich hier quasi so ein bisschen als roten Faden für die ATAK-Position benutzen will, um vorzustellen. Und gleich mal mit den beiden ersten Punkten anfangen, die, denke ich, sehr grundlegend und entscheidend für die ATAK-Position sind. Und zwar, es war ja damals so, als der Krieg begann, dass dann auch gleich unser Bundeskanzler eine Rede gehalten hat und eine Zeitenwende verkündet hat. Und wie so ein bisschen das Kaninchen aus dem Zylinder, ein 100 Milliarden Paket, einen sogenannten Sonderhaushalt, also eigentlich nochmal eine neue Verschuldung verkündet hat. 100 Milliarden Euro für Aufrüstung und viele Dinge dann eigentlich kassiert hatte, die vorher immer noch in der Debatte und Diskussion gewesen ist. Und wir haben in der ATAK gesagt, wir müssen sehr klar unterscheiden. Es gibt ein großes Problem, was da gerade in der Ukraine passiert, diese russische Aggression gegen die Ukraine, die zurückgewiesen werden muss. Aber das muss man auch entsprechend trennen von dem, was jetzt da im Bundestag gerade passiert. Und für uns ist ein wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, nur eine Friedensbewegung, die die Aggression Russlands klar benennt, ist glaubwürdig. Und kann Kern einer breiten gesellschaftlichen Bewegung gegen das 100 Milliarden Paket der Bundesregierung werden. Und am Anfang gab es ja tatsächlich in Berlin große Demos, wo man auf der einen Seite gemeinsam mit Menschen aus der Ukraine gegen den russischen Überfall protestiert hat. Und auf der anderen Seite aber eben auch dieses 100 Milliarden Euro Paket kritisiert hat und zurückgewiesen hat. Leider ist aus dem Bündnis im Moment aktuell nicht mehr viel übrig geblieben, sondern es wird sich nur zerstritten. Ich glaube aber, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt wäre, wenn man gesellschaftlich wieder in die Offensive kommen würde. Denn vieles, was dieses 100 Milliarden Euro Paket enthält, das hat nichts jetzt direkt mit dem Ukraine-Krieg zu tun, sondern das sind Pläne, die schon ganz lange in der Schublade liegen, die aus einer Zeit stammen, als man eigentlich Out-of-Area-Einsätze, wie zum Beispiel in Mali und Afghanistan vor allen Dingen konzipiert hat. Und eine gesellschaftliche Debatte und Diskussion, was für eine Bundeswehr brauchen wir eigentlich. Und dann vor allen Dingen auch noch eine Debatte und Diskussion, wenn man sich diese Militärhaushalte der NATO anschaut, dann gehen die ja überall durch die Decke, auch im Vergleich zu den Zahlen, wie sie zum Beispiel aus Russland und aus China sind, warum man hier bei uns in Deutschland Milliarden ins Militär steckt und anscheinend trotzdem nichts rauskommt, wo man dann eine Truppe hat, wo die Helikopter fliegen und die Panzer fahren, sondern alles immer irgendwie nicht funktioniert. Da scheint ja auch einiges im Argen zu liegen. Und bei jedem, der Hartz IV oder wie es jetzt neu heißt Bürgergeld kassiert, da wird ganz genau nachgeguckt, ob der nicht irgendwo, nicht doch noch irgendwelche anderen Einnahmen hat und wird kontrolliert oder ob er in einer Lebensgemeinschaft lebt und irgendjemand anders unterhaltspflichtig ist. Und beim Militär soll das jetzt einfach so fließen. Und da denke ich, wäre eine breite Bewegung notwendig und für deren Glaubwürdigkeit wäre eben notwendig, hier eine klare Unterscheidung zu treffen und eben da zu sagen, wo Unrecht passiert, da müssen wir was tun, auch mit angemessenen Mitteln, aber eben diese Dinge auseinanderzuhalten und nicht so unglücklich zu verketten, wie das eben gerade im Moment in der deutschen Politik läuft. Und dann sind wir eben auch beim zweiten Punkt, wo wir bei Attac sagen, die Souveränität der Ukraine ist nicht wie von Russland beabsichtigt verhandelbar. Es gibt Völkerrecht, es gibt die UNO, es gibt Verträge, die auch Russland immer wieder unterschrieben hat, auch gegenüber der Ukraine, wo die Grenzen anerkannt und garantiert worden sind, wo Russland sogar die Funktion einer Schutzmacht übernommen hat, als es nach Auflösung der Sowjetunion um die Atomwaffen ging, die dann von der Ukraine nach Russland gebracht worden sind. Und das kann man nicht einfach so für null und nichtig erklären. Wenn das so Schule macht, dann kann sich ja niemand mehr auf irgendwelche Verträge verlassen. Das muss man schon schauen, dass das dann auch entsprechend sanktioniert wird. Und wir sagen eben auch, die Ukraine hat laut UN-Charta auch völkerrechtlich das Recht, sich gegen den russischen Überfall zu verteidigen, sich dafür Waffen zu verschaffen und andere Länder um Unterstützung zu bitten, was sie ja auch tut. Gut, wir haben in Attac keinen Konsens darüber, ob nun Deutschland Waffen liefern soll. Es gibt Menschen, dazu gehöre auch ich. Ich habe mich relativ intensiv mit der Frage beschäftigt, ob es denn andere Möglichkeiten gibt. Wir sind als Attac in einem Bündnis Stopp das Töten in der Ukraine, wo wir auch eine ganze Reihe von Webinaren veranstaltet haben, zum Beispiel auch eben zu dem Konzept von sozialer Verteidigung. Und wo ich selber dann auch mit der Geschäftsführerin diskutiert habe. Und die hat gemeint, sie kann sich nicht vorstellen, die Christine Schweitzer vom Bund für soziale Verteidigung, sie kann sich nicht vorstellen, dass jetzt nach Kriegsbeginn, wo so viel Hass aufeinander da ist und wo dieser Krieg in so einer heißen Phase ist, dass man da nochmal jetzt auf ein Konzept von sozialer Verteidigung zurückschalten kann. Und wenn selbst die das so sieht und sagt, habe ich den Eindruck, wenn man die Ukraine quasi im Regen stehen lassen würde, dann können sie sich nicht verteidigen, dann würde das auf eine Kapitulation hinauslaufen. Ich glaube aber auch beim Thema Waffenlieferung muss man differenzieren und wird übrigens ja auch differenziert, aber da sind wir leider in einer gewissen Eskalationsspirale, dass ja immer schwerere Waffen und auch Raketen mit immer größeren Reichweiten geliefert werden. Die Ukraine muss meiner Ansicht nach die Möglichkeit haben, sich verteidigen zu können und da auch meiner Ansicht nach entsprechend militärisch unterstützt werden. Aber das kann kein Freibrief sein, alles Mögliche zu liefern. Und zum Zweiten kann das auch immer nur die letzte Möglichkeit sein, was wir eben auch ganz klar bei Attac sagen, die Priorität muss natürlich auf eine möglichst schnelle Beendigung des Krieges liegen, indem man auch alles Menschenmögliche tut, um zu Verhandlungen zu kommen. Und ich glaube, da wird noch nicht genug getan und da sind wir uns auch in Attac einig, dass wir da eine Menge Gemeinsamkeiten haben, dass man hier noch mehr, aus sich auch die Bundesregierung, noch mehr um stärker um diplomatische Lösungen kümmern kann. Ich wollte jetzt auf folgende Sachen eingehen, erst nochmal so ein bisschen darstellen, wie der Kriegsverlauf eigentlich gewesen ist, weil ich glaube, dass da auch viele Mythen im Umlauf sind, was es für Eskalationsgefahren gibt. Dann gibt es natürlich, die haben wir auch in Attac sehr kontrovers, die Debatte über die Kriegsursachen. Wird ja dann immer gerne gesagt, jeder Krieg hat eine Vorgeschichte. Das ist natürlich per se erstmal richtig, aber es werden dann doch immer von unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Tatbestände dieser Vorgeschichte in den Vordergrund geschoben. Für die einen war es die NATO, die sich immer weiter nach Osten erweitert hat und dann auch versucht hat, die Ukraine quasi in ihren Machtbereich zu ziehen. Für andere ist es mehr die Entwicklung in Russland, die seit Auflösung der Sowjetunion stattgefunden hat. Das diskutieren wir in Attac kontrovers. Da gibt es quasi Menschen, die Schwerpunkt entweder in dem einen oder in dem anderen Lager haben und auch viele, die sagen, man muss irgendwie beides berücksichtigen. Und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage nach den Forderungen, was ist zu tun. Also erstmal zu diesem Kriegsverlauf. Man kann diesen Kriegsverlauf in unterschiedliche Phasen einteilen. Also erstmal ganz grundsätzlich, dieser Krieg hat natürlich nicht erst im Februar 2022 begonnen, sondern der hat 2014 begonnen. Seitdem ist die Krim von Russland besetzt und seitdem gibt es diese Republik, diese sogenannten Volksrepubliken im Donbass, die sich auch mit militärischer Unterstützung von Russland damals für selbstständig erklärt haben. Und was dann eben im letzten Jahr, im Februar, eskaliert ist, war, dass dann quasi Russland erstmal ein Jahr lang einen riesigen Truppenaufmarsch, ein Manöver in der ukrainischen Grenze durchgeführt hat. Alle Menschen darüber hinweg getäuscht hat, immer gesagt hat, das ist hier nur ein Manöver und wir haben keinerlei kriegerische Absichten. Wenn man allerdings dann hinterher nochmal genau nachgeschaut hat, dann ist der Überfall, der da im Februar begonnen worden ist, von langer Hand vorbereitet gewesen. Man hat hinterher zum Beispiel herausgefunden, dass Russland auch ganz gezielt in Deutschland zum Beispiel die Gasspeicher nicht mehr aufgefüllt hat, sondern geleert hat, damit hier eine gewisse Gasmangellage entsteht und solche Sachen. Da war also schon eine ziemlich lange generalstabsmäßige Planung hinter diesem Überfall. und das Ganze begann eben damit, dass russische Truppen auf breiter Linie von Norden, Osten und Süden die Grenze überschritten haben und versucht haben, vor allen Dingen einen schnellen Vorstoß nach Kiew zu unternehmen. Gerechtfertigt haben sie das damit, dass sie gesagt haben, die Ukraine müsse entnazifiziert werden, wo hinter sich eigentlich das Kriegsziel eines Regimewechsels, also das Auswechseln der Regierung in Kiew, verborgen hat. Und bei diesem Vormarsch hat die Ukraine dann relativ clever reagiert. Man hatte ja damals bei uns in der Berichterstattung so das Gefühl, die Russen kriegen irgendwie gar nichts auf die Reihe und die Ukrainer machen das alles irgendwie locker flockig, vernichten die, schlagen die zurück und alle waren irgendwie sehr überrascht. Was aber tatsächlich dazu geführt hat, dass dieser Effekt eingetreten ist, war zum einen, dass Russland tatsächlich dachte oder die russische Regierung, dass man quasi im Handstreich Kiew in wenigen Tagen nehmen könne und die Regierung auswechseln könne. Man hat dann teilweise in Armeefahrzeugen schon quasi Paradeuniformen gefunden, wo die dachten, dass die quasi nach ein paar Tagen in Kiew auf dem Maidan eine Militärparade abhalten könnten. Und auf der anderen Seite, dass eben dann auch Russland oder die russische Militärführung entsprechend ihre Logistik vernachlässigt hatte. Und die Ukrainer hatten das quasi relativ clever gemacht. Die haben die russischen Truppen erst mal weit ins Land reingelassen und mehrere hundert Kilometer mit ihren Panzern fahren lassen, bis die keinen Benzin mehr hatten und haben dann die Logistik angegriffen. Also die Truppen, die hinterherkommen sollten, um dann entsprechend Treibstoff und weitere Munition zu liefern, die eigentlich nicht aufs Kämpfen ausgelegt waren, sondern wo die Russen eigentlich dachten, dass das irgendwie kein großes Problem wäre und das wohl in der Regel normale Wehrpflichtige waren, die keine Kampferfahrung hatten. Und das hat dann eben diese ganze russische Offensive sehr durcheinander und zum Stocken gebracht, was dann eben auch dazu führte, dass sich die russische Armee dann erst mal mit ihrem Marsch auf Kiew zurückziehen musste und da eben auch sehr verheerend geschlagen worden ist. Aber die russische Armee hat sich dann neu gruppiert und hat quasi ihre Truppen nicht einfach nur zurückgezogen, sondern hat sie eben in den Süden und Osten, also an die Front im Donbass und an der Krim hin verlegt. Und hat dann von dort entsprechend weitergekämpft und hat da dann auch entsprechend Geländegewinne gemacht und die dann auch gehalten. Man sieht das ja immer entsprechend auf den Karten, die es so gibt, also die besetzten Gebiete. Im Norden gab es am Anfang Besetzungen, die konnten alle wieder von den ukrainischen Streitkräften zurückerobert werden, aber in den anderen Regionen hat sich quasi die russische Armee festgesetzt. Da hört man ja jetzt auch, dass sie entsprechende Verteidigungsanlagen teilweise mit mehreren Wellen aufgebaut haben und Schützengräben und da jetzt auch mehrere Monate für Zeit hatten, sich da einzugraben. Und im Moment die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive versucht dagegen anzurennen. Allerdings nach allem, was ich zumindest bisher so mitbekommen habe, noch nicht mit besonders großem Erfolg. Und es ist auch zweifelhaft, ob das auf Dauer gelingen wird. Es gibt jetzt eben auch die Befürchtung, dass das Ganze zu einem Abnutzungskrieg, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg, mit vielen hunderttausend Toten führen wird. Und genau deswegen, denke ich, muss man auch immer wieder parallel diplomatische Initiativen ergreifen und kann hier nicht einfach auf immer mehr und eskalierende Waffenlieferungen setzen. Zwischendrin gab es nochmal Rückeroberungen größere Gebiete bei Kharkiv im Nordosten und bei Kherson im Süden der Ukraine. Und bei diesen Rückeroberungen war das auch ganz häufig so, dass die Ukraine quasi versucht hat, die Nachschublinien anzugreifen. Also Kherson liegt ja an diesem breiten Fluss, der die Ukraine durchfließt, am Dnieper. Und da war eben ein großes Problem immer, den Nachschub über diesen Fluss zu bringen. Und die Ukraine hat quasi die Brücken entsprechend unter Artilleriebeschuss genommen. Und dadurch wurde es immer schwieriger, für die russische Armee den Nachschub nach Kherson zu bringen. Und deswegen musste sie sich da irgendwann zurückziehen. Und bei Kharkiv, habe ich gehört, war das Ganze wohl so, dass die Ukraine da einen Durchbruch an einem Frontabschnitt gelungen war und sie dann auch sehr stark auf Social-Media-Techniken gesetzt hat. Und die Russen quasi, die russischen Soldaten das Gefühl hatten, die Ukrainer sind jetzt schon hinter ihnen und kreisen sie ein und dann angefangen haben, die Flucht zu ergreifen. Und dass dadurch, also eigentlich auch eher so eine Kriegsliste, jetzt auf der einen Seite militärtaktisch sicherlich sehr schlagkräftig gewesen ist, wo man aber jetzt auch nicht daraus schließen kann, dass die Ukraine so die überlegene Kampfkraft hat, dass sie jetzt auch bei der aktuellen Kriegsphase, wo wirklich zwei festgefahrene Fronten im Süden aufeinandertreffen, nochmal Ähnliches leisten kann. Es soll jetzt ja auch wieder versucht werden, wie einem immer so von irgendwelchen generellen AD meistens im Fernsehen erklärt wird, irgendwelche Nachschublinien zu durchtrennen, indem man jetzt an der Südfront quasi zum Asowschen Meer durchbricht. Aber das sind halt doch 100 Kilometer, die sehr stark befestigt sind. Und ob das wirklich tatsächlich so funktionieren kann, das steht in den Sternen. Ich bin mir da nicht so sicher und fürchte, dass das wirklich jetzt einfach nur über die nächsten Monate und Jahre ein sehr blutiges Gemetzel werden kann, auch wenn ich der Ukraine den Erfolg da durchaus gönnen würde. Das Problem bei dem Krieg ist meines Erachtens auch, dass es da eine ganze Reihe von Eskalationsgefahren gibt. Das ergibt sich zum einen schon mal allein aus den Interessen der einzelnen Kriegsparteien. Wir haben das so ein bisschen gesehen, als irgendwann mal eine fehlgeleitete Rakete auf polnischem Gebiet gelandet ist und dann ganz schnell die Anschuldigung aus der Ukraine, aber auch aus einigen westlichen Staaten erhoben worden ist, das wäre eine russische Rakete und wäre jetzt ein Angriff auf NATO-Territorium. Also von der ganzen Logik her, das merkt man auch immer bei den ganzen Forderungen, die aus der Ukraine kommen, hat die ukrainische Regierung natürlich tendenziell ein Interesse daran, die NATO da direkt mit reinzuziehen. Es gab ja auch ganz zu Beginn des Krieges die Forderung, die NATO soll doch eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten, was eben bedeutet hätte, dass da NATO-Flugzeuge großflächig auch bis nach Russland hinein russische Stellungen ausschalten müssten und eben auch bei solchen Vorfällen wie diesem Raketeneinschlag in Polen, wo es hinterher dann geheißen hat, das wäre wohl doch eine verirrte ukrainische Abwehrrakete gewesen, wussten die sofort, dass das auf jeden Fall eine russische Rakete ist. Man kann es den Ukrainern auch nicht verdenken, wenn die sich mehr Unterstützung wünschen, aber man sollte da schon auch sehr deutlich ein Auge drauf haben, dass eben die Interessen, wie dieser Krieg geführt und fortgesetzt wird, nicht unbedingt immer identisch sind und es eben durchaus, dass eine potenzielle Gefahr ist, dass es dann doch irgendwann mal ein direktes NATO-Involvement gibt. Ähnliches kann auch jederzeit über der Ostsee passieren, wo unterschiedliche Flugzeuge, Katz und Maus spielen. Wir haben auch im westlichen Bündnis ja eine gewisse Spaltung, dass insbesondere eben Polen und die baltischen Staaten, die sich von Russland aufgrund ihrer Geschichte besonders bedroht fühlen, die ja nicht nur zum Machtbereich der Sowjetunion, dann zum Warschauer Pakt bzw. zur Sowjetunion selbst gehört hatten, sondern auch aus der ganzen Historie des Zweiten Weltkriegs heraus eine sehr grausame Geschichte hatte. Die ganze polnische Elite wurde in Kartün von der Sowjetunion damals ermordet und es gab mehrere polnische Teilungen, wo sich Russland und Deutschland jeweils, Polen und das Baltikum aufgeteilt hatten, weswegen man da eigentlich nicht verwundert sein darf, dass die aus historischen Gründen da nochmal einen anderen Blick haben als zum Beispiel andere Länder, die auch zum Warschauer Pakt gehört haben, aber vor dem Zweiten Weltkrieg auch schon immer eine gewisse Eigenständigkeit hatten oder zu Österreich-Ungarn gehörten wie Ungarn oder Rumänien, die da einen etwas anderen historischen Blick auf ihre Beziehungen zu Russland haben. Das ist also die eine Geschichte, dass sich dieser Krieg durchaus auch noch weiter ausweiten kann. Möglicherweise hat natürlich auch Russland ein Interesse, dass noch andere Kriegsschauplätze eröffnet werden. Es gibt momentan ziemlich hohe Spannungen wieder im Kosovo, wo sich im Moment die serbische Minderheit im Kosovo unterdrückt sieht und die letzten Kommunalwahlen boykottiert hatte. Die kosovarische Regierung jetzt gerade trotzdem sagt, obwohl dann nur 5% abgestimmt haben, die Wahlen sind gültig und entsprechend muslimische Bürgermeister für serbische Orte einsetzen will. Es gibt da einen sehr starken serbischen Nationalismus, der sich da auch quasi als Schutzmacht ansieht und sich aber gleichzeitig auch Russland verbunden fühlt, wo solche Dinge eskalieren können. Es gibt die ganze Geschichte in Moldawien, Transnistrien, wo russische Truppen stehen, wo es zu Zwischenfällen kommen kann und quasi dann im Rücken eine zweite Front eröffnet werden kann. Es gibt diese Situation in Belarus, wo auch nie jemand so genau weiß. Man hat den Eindruck, Lukaschenko will eigentlich sein Land da einigermaßen raushalten. Aber wir haben ja jetzt mit den ganzen Geschichten, die jetzt aktuell die letzten Tage mit Prigoschin passiert sind, gesehen, dass da auch ganz viel im Fluss ist. Und wie das mal irgendwann weitergehen wird und ob da eine neue Front eröffnet wird, weiß auch niemand so genau. Das ist also die Gefahr der Ausweitung auf weitere Staaten. Und dann haben wir aber auch noch waffentechnisch die Gefahr, dass sich der Krieg dahingehend ausweitet. Russland hat ja wiederholt immer wieder mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Und bisher ist es nie dazu gekommen. Und im Moment ist es wahrscheinlich auch eher so, dass Russland, wenn es in der aktuellen Situation Nuklearwaffen einsetzen würde, damit international und bei seinen noch verbliebenen Verbündeten, insbesondere China, so viel Ansehen verspielen würde, dass es sich das einfach nicht leisten kann. Wenn aber tatsächlich die russische Front entsprechend stark wankt und sich Russland, die russische Regierung, so in die Enge getrieben fühlt, dass sie das Gefühl hat, dass das für sie eine existenzielle Krise wird, was also zum Beispiel dann sein könnte, wenn die Ukraine die Krim zurückerobert, weiß man immer nicht, wie sich das auf diese ganzen Machtkonstellationen auswirkt. Wir haben ja jetzt gesehen, wie fragil das Ganze auch ist, wie da auf einmal Prigosh in Richtung Moskau marschiert ist und bis heute eigentlich keiner so genau sagen kann, wie das alles irgendwie einzuschätzen ist. Und es gibt eben in Russland eine Nuklearstrategie, die auch genau vorsieht, die unterscheidet. Es gibt ja unterschiedliche Arten und Größen von Nuklearwaffen. Es gibt taktische und strategische Nuklearwaffen. Die taktischen sind die eher kleineren, wobei klein durchaus heißt, dass das auch immer noch ein Vielfaches der Sprengkraft, wie das, was es damals in Hiroshima oder Nagasaki gegeben hat, wäre, die aber nach der Nukleardoktrin eben eine eher noch regional begrenzte Wirkung hätten. Und vor ein paar Wochen wurde dann in der russischen Elite schon mal diskutiert, wenn der Krieg jetzt irgendwie so weitergeht, dann sollte man doch mal androhen und die NATO ihre Unterstützung weiterhin der Ukraine so zuteil werden lässt oder weiter hochfährt, ob man dann nicht auch mal eine westliche mittlere Großstadt androht zu bombardieren und das dann tatsächlich macht. Da sind dann so Städte wie Posen in Polen oder Baltimore in den USA genannt worden, so nach dem Motto, danach würde keine Regierung mehr weiter wagen, wenn dann vielleicht die nächste Bombe auch auf New York, Washington oder Warschau irgendwie fallen könnte, wenn man sowas gemacht hätte. Und schon vor dem Krieg ist von US-Militärs diese Nuklearstrategie, die in Russland ist, die eben auch sagt, um zum Beispiel einen Konflikt regional begrenzt zu halten und andere Staaten davon abzuschrecken, dort einzugreifen, dass eben auch die Drohung mit Nuklearwaffen bis hin zu einer gewissen Eskalation durchaus dazu gehören kann. Also das steht in deren Papieren schon vorher drin, die die diskutiert haben, dass das durchaus was Ernstzunehmendes ist, dass man nicht einfach so wegwischen kann, sondern dass eben in diesen Militärkreisen auch sehr ernsthaft diskutiert wird. Und aus dem Grund, denke ich, muss man das auch wirklich tatsächlich ernst nehmen und kann jetzt nicht einfach nur Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern und dann gibt es irgendwann einen Gewinner Ukraine und alles ist wieder gut, sondern das muss man auch immer im Hinterkopf haben und sehr genau sehen. Und deswegen, denke ich, muss man das auch immer mit diplomatischen Mitteln versuchen, irgendwie einzugrenzen. Bei Attac in unseren Eckpunkten haben wir wegen all dieser Dinge formuliert, das sind jetzt die nächsten Punkte, die da drin stehen, also das ist jetzt hier die Attac-Position wieder, die wir im Rat beschlossen haben. Ein direktes militärisches Eingreifen von NATO-Staaten erhöht jedoch das Risiko einer Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg. Das darf es also unserer Ansicht nach nicht geben. Als Alternative setzen wir uns für Sanktionen ein. Sanktionen sind ein wichtiges Druckmittel unterhalb der Schwelle des militärischen Eingreifens. Wir haben allerdings bisher noch keinen so richtigen Konsens, welche Sanktionen denn einerseits wirklich so punktgenau wirken, wie sie beabsichtigt sind und dann auch wirklich dazu führen können, dass Russland irgendwann den Krieg beendet. Eine Möglichkeit, die im Moment nicht so richtig angegangen wird und wo wir eigentlich auch bei Attac noch eine wichtige Aufgabe hätten, die stärker in den Vordergrund zu stellen, wäre zum Beispiel, dass man wirklich die russischen Eliten aus der Nomenklatura viel stärker sanktioniert, die ja häufig hier ihre Villen und Geldanlagen, Fußballclubs und was weiß ich was alles und Yachten haben. Und da ist zum Beispiel bei uns in Deutschland ein ganz großes Problem. Es wird zwar immer über solche Dinge geredet, aber hinterher bei der Umsetzung werden nicht mal die grundlegenden Basics geschaffen, damit man das überhaupt ernsthaft betreiben kann. Wir haben bis heute in Deutschland kein richtiges Vermögensregister, mit dem man dann wirklich mal wissen könnte, wem was gehört, was ja die Grundvoraussetzung wäre, dass man dann Leute entsprechend sanktionieren könnte, weil das natürlich auch unsere hiesigen Superreichen betrifft, die dann ganz anders besteuert werden könnten und gegen sowas Sturm laufen würden. Insofern sind das alles häufig Papiertiger, die da entsprechend genannt werden. Aber das wäre eben zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man noch weiter Druck aufbauen könnte und wo es auch durchaus Auseinandersetzungen in der Vergangenheit gegeben hat, zum Beispiel zwischen der Türkei und Russland, wo Russland die Türkei so sanktioniert hat, zum Beispiel im Bereich des Tourismus, dass das dann eben Menschen aus der türkischen Regierung, die im Tourismus gut Geld verdienen, so hart getroffen hat, dass die dann ihre Politik gegenüber Russland damals geändert hatten. Das könnte also dann umgekehrt natürlich auch so ein Baustein sein, um hier zusätzlichen Druck aufbauen zu können, der im Moment in der Form nicht so genutzt wird, wie er eigentlich könnte. Weitere Punkte, die wir haben, ich glaube, einen hatte ich hier noch vergessen, also Versuche Russland über den Ruckzug aus der Ukraine in den Grenzen von 2013 hinaus als relevanten Machtfaktor zu beseitigen, würden nicht der Friedenssicherung dienen, sondern zu verstärkter geopolitischer Unsicherheit führen, wo wir also auch strikt dagegen sind, ist, dass man jetzt irgendwie den Krieg nach Russland trägt, also so Fantasien, wie sie anscheinend bei manchen Leuten sind, man könnte wie am Ende des Zweiten Weltkriegs quasi Berlin erobert worden ist, Moskau erobern, das wird so nicht funktionieren, weil Russland eine Atommacht ist und das dann sicherlich einfach in einem nuklearen Inferno höchstwahrscheinlich enden wird, also auf jeden Fall ist da ein viel zu hohes Risiko, dass so etwas passieren wird, also sowas scheidet eigentlich aus. Wir sagen weiterhin, der Krieg in der Ukraine fördert militärische, toxische Männlichkeit und zementiert patriarchale Strukturen, die Rolle von Frauen wird verstärkt, auf Sorge und Reproduktionsarbeit reduziert. Ich denke auch, dass das die Stimmung in so einem Land wie der Ukraine natürlich völlig ändert, wenn da ganz stark nur noch ein Männerüberschuss ist, der noch dazu dann jederzeit an die Front eingezogen werden kann oder eingezogen wird und viele Millionen Frauen und Kinder, die da vorher gelebt haben, dann als Flüchtlinge im Westen leben. Das verändert auch eine Gesellschaft dort und auf der anderen Seite macht das natürlich auch was mit uns, wenn wir jeden Tag Kriegsbilder sehen und Kriegsberichterstattung und es nur noch irgendwie darum geht, welcher Panzer welche Fähigkeiten hat und wo er wie eingesetzt werden kann und all diese Dinge, wohingegen eben andere Debatten, die auch wichtig wären, um ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen, in den Hintergrund treten. Ganz stark sind wir natürlich dafür, Geflüchtete aufzunehmen und dabei aber auch alle Geflüchteten gleich zu behandeln. Es gibt ja leider da eine starke Abstufung und es gab ja jetzt auch wieder Tragödien im Mittelmeer, wo Hunderte von Flüchtlingen gestorben sind, wo man sehr deutlich sieht, die einen werden irgendwie quasi mit Sonderschaltern am Bahnhof empfangen und die anderen, denen wird im Mittelmeer beim Absaufen zugeschaut. Das darf natürlich nicht sein. Und wir sind auch der Meinung, egal aus welchem Land, ob Ukraine, Russland oder welches Land zukünftig da noch mit hineingezogen werden, sollte Verweigerung des Wehrdienstes muss unabhängig von der Staatsangehörigkeit als Menschenrecht und Asylgrund in Deutschland anerkannt werden. Leider ist es so, dass selbst Menschen aus Russland immer noch große Probleme haben, dass sie hier als Asylbewerber anerkannt werden. Wir hatten da bei einigen Aktionstagen, zum Beispiel mit Connection e.V., das ist eine Vereinigung, die sich ganz stark für diese Sachen einsetzt, zusammengearbeitet. Und die haben da also auch schlimme Geschichten erzählt und auch, wir hatten ein Webinar mit einer Vertreterin von Memorial, der russischen Menschenrechtsorganisation, gemacht, die auch erzählt hat, dass es eine häufig sehr bürokratische Angelegenheit ist, wenn die dann Leute, deren Leben jetzt quasi in Russland bedroht ist, nach Deutschland bringen wollen, damit die hier einen geregelten Aufenthaltsstatus dann bekommen und zum Beispiel Forschungstätigkeiten weiterführen können, obwohl es dann Einrichtungen hier in Russland gibt, die vielleicht mit denen schon als Partner jahrelang zusammengearbeitet haben, denen hier einen Job geben würde. Das Auswärtige Amt arbeitet da nicht so, wie es nach außen eigentlich immer irgendwie so den Blick hätte, sondern selbst die haben immer noch dann stoßen auf große bürokratische Hindernisse. Und wir sagen eben, alternative Konzepte aktiven gewaltfreien Widerstands jenseits bewaffneter Verteidigung, zum Beispiel das Konzept soziale Verteidigung, müssen ernsthaft in breiter Öffentlichkeit diskutiert und auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Wie gesagt, wir haben Webinare mittlerweile gemacht mit unter anderem Christine Schweitzer, die da nicht sehr optimistisch war, dass das in der derzeitigen Situation in der Ukraine noch ein gangbarer Weg ist. Aber natürlich, wenn sich überall da, wo die Gefahr besteht, dass der Krieg sich ausweitet, oder auch bezüglich bestimmter Ängste, die sogar ja Menschen in Deutschland haben, wobei ich das erstmal für sehr unwahrscheinlich halte, dass Russland mit Panzern oder so Deutschland angreifen würde. Aber auch da könnte man natürlich in der jetzigen Situation sich schon überlegen, wie man Konzepte von sozialer Verteidigung hier breit thematisiert und dann zum Thema macht und dann auch politisch einführt. Und zum Beispiel im Baltikum, wobei die das nicht als Alternative zu Militär sehen, gibt es auch jede Menge, wo soziale Verteidigung tatsächlich in der Bevölkerung geübt wird. Also soziale Verteidigung heißt eben, sich nicht mit Waffen zu verteidigen, sondern mit sozialen Maßnahmen, indem man eben zum Beispiel in Streik tritt. Also das geht eigentlich von dem Konzept aus, jede Besatzungsmacht, wenn sie jetzt nicht einen totalen Vernichtungskrieg führt, die ist eigentlich auf die Kooperation eines gewissen Teils der Zivilbevölkerung angewiesen, damit Verwaltung funktioniert, damit Versorgung funktioniert, damit die ganze Infrastruktur funktioniert, früher oder später. Und wenn man sich quasi hier verweigert, dass man dann das entsprechend, die Besatzungsmacht so unter Druck setzen kann, dass sie irgendwann merkt, das macht hier keinen Sinn, wir kriegen hier keinen Fuß auf den Boden, wir ziehen wieder ab. So. Und wir sagen eben, angesichts des drohenden Zermürbungskriegs auf Kosten unzähliger Menschenleben, was eben jetzt möglicherweise gerade an dieser Front passiert, sollt gesellschaftliche Ressourcen und des Weltklimas, das sind ja weitere Probleme, die wir jetzt noch haben, wir haben ja Krisen über Krisen eigentlich, und wir müssten eigentlich beim Kampf gegen den Klimawandel ganz woanders stehen, sind verstärkte Bemühungen um Verhandlungen unter Einbeziehung außereuropäischer Vermittler wie China und Indien, sowie der UNO und der OSZE anzustreben. Und ich denke, hier eine viel aktivere Rolle noch zu spielen, es gibt ja jetzt unterschiedliche Initiativen, zum Beispiel aus Südamerika oder jetzt von diesen afrikanischen Präsidenten, Südafrika unter anderem, die jetzt in Kiew und in Moskau gewesen sind, diese Karte noch viel verstärkter zu fördern und zu unterstützen, auch von westlicher Seite, wäre auch noch eine weitere Möglichkeit. Und ich glaube, man darf eben auch nicht unterschätzen, das merkt man ja, dass auch so Abkommen wie das Getreideabkommen durchaus immer wieder zustande kommen, dass Russland, die russische Regierung auch sehr besorgt ist, was ihr Bild in der Welt ist. Die möchte ja gerne als Weltmacht ebenbürtig mit den USA angesehen werden. Und wenn sie jetzt aber in diesem Krieg quasi ihr ganzes Ansehen verspielt, weil Länder in Afrika sagen, wir müssen hier hungern, weil ihr euren Krieg führt und ihr seid schuld, dann ist das natürlich auch ein Riesenproblem. Da könnte also auch noch sehr viel mehr Druck ausgeübt werden. Das funktioniert aber genau deshalb nicht, weil viele dieser Länder eben, müssen wir uns nur mal auch uns selbst irgendwie angucken, wie schauen wir zum Beispiel auf den Krieg im Jemen. Da wissen wir erstens mal auch nicht so ganz genau Bescheid, um was geht es da und wer hat wie angefangen und die sollen doch irgendwie alle aufhören. So gucken die halt jetzt auch zu uns nach Europa. Der Krieg ist einerseits irgendwie weit weg und die Streitigkeiten, die es da zwischen den einzelnen Staaten gibt, mit zunehmendem Abstand, glaube ich, nimmt dann die Betroffenheit, Betroffenheit, die man da spürt, der ein oder anderen Kriegspartei gegenüber ab und man sieht vor allen Dingen seine eigenen Interessen in dem Konflikt und dass er möglichst schnell beendet werden würde. Und historisch ist der Westen da ja auch nicht ganz frei von Schuld und da denke ich, ist das dann auch schon ein berechtigter Vorwurf der vielen westlichen Regierungen immer wieder gemacht wird, der Doppelmoral. Auf der einen Seite aufgrund der Kolonialgeschichte, aber auch der Fortsetzung dieses kolonialen Erbes, wo ja viele Staaten immer noch denken, sie haben da ihre Einflusssphären in Afrika zum Beispiel und setzen sich da entsprechend ein. Und da sehen das natürlich dann auch viele Regierungen als eine Möglichkeit, wenn da jetzt noch eine andere Macht ist, mit der man sich gut stellen kann, wo man dann vielleicht aus solchen Abhängigkeiten entsprechend rauskommen kann und solche Mächte gegeneinander ausspielen kann. Und wenn man hier eine ehrlichere und fairere Politik betreiben würde, hätte man natürlich auch eine ganz andere Ausgangsbasis, in solchen Konflikten dann mit diesen anderen Staaten entsprechend zusammenzuarbeiten. Basis haben wir dann noch aufgeschrieben, weil das waren die Vorschläge, die damals so kursiert sind. Das könnten die Vorschläge vom März letzten Jahres gewesen sein, als damals unter anderem in Istanbul verhandelt worden ist. Wobei ich da auch noch gleich was zu sagen werde, wie eng man da tatsächlich oder vermeintlich an einem Friedensabkommen war. beziehungsweise es gab dann auch von Italien schon mal Vorschläge und jetzt eben auch kann man jetzt mittlerweile noch einige andere mit anhängen. China versucht sich ja als Vermittler dieser afrikanischen Initiative, die es gegeben hat. Also das muss einfach viel stärker gefördert werden und immer wieder auch entsprechend probiert werden. Ich finde es auch gut, das wird ja teilweise von anderen auch kritisiert, dass auch unser Bundeskanzler Scholz dann doch in mehr oder weniger großen Abständen immer mal wieder versucht, mit Putin persönlich zu telefonieren und die Lage entsprechend abzuklopfen. Ich denke, solche Gespräche können nicht schaden. Ob sie der ein oder anderen Situation nutzen, weiß man nicht, aber man sollte das auf jeden Fall immer wieder probieren. Ja, dann zu der Geschichte. Also ich glaube, in einigen Punkten ist es leider auch so, dass Teile der Friedensbewegung mehr dem Prinzip Hoffnung und einer Form von Wunschdenken folgen. Ich habe das jetzt leider auch im letzten Friedensjournal wieder gelesen und obwohl es eigentlich meiner Erachtens schon mehrmals sehr plausibel widerlegt worden ist, dass es also die These wäre damals, der Westen bereit gewesen, hätte das nicht blockiert oder hätte der Ukraine nicht davon abgeraten oder was auch immer. Da geht es immer um eine Reise von Johnson, dem damaligen britischen Premier, nach Kiew. Dann hätte die Ukraine und Russland in Istanbul einen Friedensschluss vereinbart und sie wären schon quasi so kurz davor gewesen, die hätten quasi nur noch die Unterschriften gefehlt, das letzte Treffen, das dann die Präsidenten hätten durchführen müssen, die Delegationen wären mehr oder weniger schon einig gewesen. Und eine der Quellen, auf die sich da bezogen wird, ist ein relativ langes Interview mit dem ehemaligen israelischen Premier Bennett, der eben im Vorfeld dieser Verhandlungen auch eine gewisse Rolle gespielt hat und der in diesem Interview sehr viel unterschiedliche Aussagen trifft. und eine dieser Aussagen ist eben auch, das Interview ist auf Hebräisch und dann mit englischen Untertiteln versehen, wobei einigen Worten auch nicht so klar ist, ob sie richtig treffend übersetzt worden ist. Mal ist es wohl übersetzt worden, Johnson hätte die Verhandlungen blockiert, mal heißt es irgendwie abgebrochen oder so, also da gehen schon die Meinungen auseinander. Wenn man aber mal wirklich das ganze Interview im Kontext sieht und sich auch mal überlegt, wo die Herausforderungen sind, wenn man wirklich zu einem echten, stabilen Frieden kommen will, dann glaube ich, muss man eigentlich recht schnell zu dem Ergebnis kommen, dass da gar nichts wirklich so unterschriftsreif ausgearbeitet war, als dass es in der Situation zu einem Friedensschluss kommen könnte. Das Erste, was Bennett in dem Interview schon mal sagt, ist, dass er auch aus seiner Erfahrung in Israel, wo es ja auch immer wieder Verhandlungen mit Palästinensern gibt, aber dann auch immer wieder Rückschläge, ihm klar gewesen wäre, dass es ein gewisses Zeitfenster für solche Dinge gibt und dass irgendwann Ereignisse eintreten könnten, die dann dieses Zeitfenster schließen. Und das war dann schon auch eine Anspielung auf die Ereignisse in Butschar. Und da, glaube ich, sind auch wir in der deutschen Friedensbewegung oder viele in der deutschen Friedensbewegung nicht wirklich empathisch mit den Menschen in der Ukraine, die sich überlegen, was es eigentlich für Menschen bedeutet, wenn vor der Nase gerade solch schreckliche Kriegsverbrechen begangen werden, dass in einem besetzten Ort mehrere hundert Menschen einfach kaltblütig ermordet werden, obwohl sie jetzt eben nicht Teil einer militärischen Aggression waren, sondern einfach, weil da eine Soldateska herrscht, die eben mordlustig ist und Leute abknallt. Und nachdem dann quasi diese Berichte aus Butschar in der Ukraine da waren, in der deutschen Friedensbewegung gibt es sehr viele Menschen, die sich immer sehr viele Gedanken machen, wie kann Putin sein Gesicht wahren, wie müssen wir ihm entgegenkommen, damit so ein Frieden klappt. Aber was der ganze Ukraine-Konflikt eigentlich schon seit 2014 zeigt, ist, dass wir uns viel zu wenig Gedanken darüber machen, dass es ja auch auf einer ukrainischen Regierung das Problem gibt. Die muss die Leute mitnehmen, die muss die Menschen davon überzeugen, dass dieser Friedensschluss jetzt in ihrem Interesse ist. Und viele Ukrainer, die leben eben in dem Gefühl, und es hat sich ja auch durch die Konflikte in der letzten Zeit erstmal für sie ein Stück weit bewahrheitet, was dann letztes Jahr passiert ist, dass ein Friedensschluss mit Russland eigentlich nur dazu führen würde, dass der Krieg aufgeschoben ist und dann umso schlimmer nochmal über einen hereinbricht und quasi nichts für einen stabilen Frieden sorgen würde, sondern eben nur was aufschiebt, was man mal irgendwie hinter sich bringen muss. Und nach den Ereignissen, die dann eben auch nochmal in Butscha gewesen sind, hätte, glaube ich, keine ukrainische Regierung einen solchen Friedensschluss nochmal irgendwie machen können. in dem, was ja mehr oder weniger dann auch heißen würde, andere Gebiete, wo möglicherweise ähnliche Sachen den eigenen Staatsbürgern angetan werden, auf die irgendwie zu verzichten und das weiter geschehen zu lassen. Da ist dann einfach, und das hat Bennett bei seinem Interview am Anfang auch sehr klar und deutlich eben gesagt, es gibt ein Zeitfenster, das sich schließt und das dann eben durch diese Sachen wie Butscha, anders kann man das nicht interpretieren, was er da sagt, auch tatsächlich geschlossen worden ist. Die zweite Frage, die man natürlich, wenn man zu einem Frieden kommen muss, und die, glaube ich, auch einer intensiveren Debatte, sowohl innerhalb der Friedensbewegung bedarf, als auch zwischen den Regierungen ist, wie sieht denn eigentlich ein Sicherheitskonzept aus, das auf der einen Seite tatsächlich die Sicherheit der Ukraine garantiert, auf der anderen Seite aber auch ein faires Angebot bezüglich der Sicherheitsinteressen Russlands ist. Und da ist es auch sehr spannend und interessant, was Bennett in diesem Interview gesagt hat. Der hat nämlich zu Selenskyj gesagt, weißt du was, er hat es an so einer kleinen Geschichte, die so quasi eine Parabel ist, deutlich gemacht. In dem Interview erzählt er, es hätte zu Selenskyj gesagt, in New York gäbe es einen Mann, der steht vor der Brooklyn Bridge und der versucht immer, die Brooklyn Bridge an die Leute zu verkaufen und sagt, ich verkaufe dir die Brooklyn Bridge, ich verkaufe dir die Brooklyn Bridge. Die Wahrheit dahinter ist aber, der kann die Brooklyn Bridge gar nicht verkaufen. Und so ist das auch mit deinem Sicherheitsproblem, liebe Ukraine, dir kann keiner diese Sicherheit geben, du musst dich um die Sicherheit selbst kümmern, denn es ist ja auch ein gewisser Widerspruch, auf der einen Seite jetzt der Ukraine sagen zu können, oder wenn man jetzt sagen würde, du musst jetzt Waffenstillstand und auf deine Gebiete verzichten, auf der anderen Seite aber beim nächsten Mal garantieren wir deine Sicherheit, möglicherweise die gleichen Länder, die eigentlich schon mal unterschrieben haben, als die Atomwaffen abgezogen worden sind, und wir garantieren deine Sicherheit. Und Bennett hat dann Selenskyj gesagt, der Einzige, der die Sicherheit garantieren kann, das bist du selbst, ihr müsst in der Ukraine so werden wie Israel. Und ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert, man findet da tatsächlich zu der Zeit, wo Bennett sagt, dass er darüber mit ihm gesprochen hat, Äußerungen von Selenskyj, wo der dann dasteht und sagt, die Ukraine wird in Zukunft wie Israel sein, wir werden nicht demilitarisiert wie die Schweiz nach dem Krieg sein, sondern wir werden bis an die Zähne bewaffnet sein, überall wird es quasi Sicherheitskräfte geben. Und wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, Israel ist eine Atommacht, deswegen ist sie im Nahen Osten sicher. Und also wer sagt, da wäre irgendein Papier, wo die Sicherheitsfragen geregelt wären, wo quasi nur noch die Staaten hätten unterschreiben müssen aus dem Westen, der glaube, ich weiß nicht, was er da irgendwie so ganz sagt, weil ich glaube, diese Fragen sind nach wie vor offen. Und da müsste man wirklich mal eine intensive Debatte darüber führen, wie kann eigentlich so ein Sicherheitskonzept aussehen, das sowohl den ukrainischen Sicherheitsbedürfnissen, nach all dem, was die erlebt haben, Rechnung trägt, als auch durchaus berechtigte Sicherheitsinteressen in Moskau, damit die dem Ganzen zustimmen können. Und ich glaube, eine einfach nur bis an die Zähne bewaffnete Ukraine, möglicherweise mit eigenen Atomraketen, wäre das mit Sicherheit nicht. NATO-Beitritt ist irgendwie auch schwierig. Da ist noch irgendwie ein großes Dilemma, was meines Erachtens ist dieser Knoten noch nicht durchschlagen. Und hier zu intensiveren Debatten zu kommen, um dann Lösungen nahe zu kommen, die ich auch noch nicht kenne, wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo man sich mal bewusst machen müsste, über was man eigentlich reden muss, wenn man einen stabilen, gerechten Frieden für dort haben möchte. Ja, dann kommen wir noch zu dem Punkt Ursachen. Ich rede schon viel zu lange, merke ich gerade. Bei den Ursachen, wie gesagt, gibt es ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Unter anderem gibt es auch bei vielen die Position, dass die Bedrohung durch die NATO eine der Ursachen wäre. Häufig liest sich das in Papieren so, wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russland, aber, und ich glaube, wenn man sich wirklich jetzt die Geschichte der Beziehung NATO-Russland anschaut, die letzten Jahre, dann gibt es tatsächlich einen, ich sag mal so, gewachsenen Minderwertigkeitskomplex der russischen Führung und Elite gegenüber der NATO, weil sie gerne mit der NATO auf Augenhöhe wäre. Und das hat ihr die NATO bisher verweigert. Insofern, das berichten auch ganz viele, die irgendwie nach, in Russland enge Kontakte haben und da Gespräche führen, dass das eben wirklich eine weit verbreitete Wahrnehmung aus der Sicht Moskaus oder der russischen Eliten ist. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, ist dieses Gefühl denn eigentlich auch berechtigt oder nicht? Und es wird jetzt immer gesagt, es wäre damals Gorbatschow versprochen worden, die NATO weitet sich nicht nach Osten aus. Wenn man aber die ganze Geschichte anschaut, in ihren unterschiedlichen Phasen, als sich die NATO dann ausgeweitet hat, tatsächlich gab es auch eine intensive Kooperation mit Russland. Es gab einen NATO-Russland-Rat, in dem dann auch mit Russland drüber gesprochen worden ist. Russland hat den ganzen Erweiterungen, Baltikum, Polen und so weiter, zu der Zeit damals zugestimmt und es hat dann entsprechend Verhandlungen gegeben, wo man sich auf bestimmte Rahmenbedingungen geeinigt hat, zum Beispiel, dass keine dauerhaften Truppen in den ehemaligen Sowjetrepubliken, also im Baltikum der NATO, stationiert werden. Die haben dann immer rotieren müssen und waren dadurch natürlich auch in ihrer Anzahl streng limitiert. Wenn man sich auch insgesamt die Truppenstärken in Europa anschaut, sowohl innerhalb von Russland als auch im Westen, wie viele Truppen die Amerikaner im Kalten Krieg in Westeuropa stationiert hatten und wie viele heute aktuell da sind, ist das nur noch ein Bruchteil. Auch die russische Armee hat sich ganz stark umgebaut und hat sich mehr auf Out-of-Area-Kampfeinsätze, mehr oder weniger, wo man mal punktuell interveniert und nicht als eine Armee, die quasi morgen die Invasion der NATO befürchtet, aufgestellt. Insofern, vieles an diesem Narrativ, was uns da erzählt wird, ist einfach im Widerspruch zur Realität und wird deswegen meines Erachtens auch ganz stark immer wieder nur vorgeschoben, um nach innen hinein den Krieg zu rechtfertigen. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, die innenpolitischen Verhältnisse, die es in Russland gibt, dann stellt man fest, immer wenn das russische Regime in einer Krise gewesen ist, dann hat ihn quasi ein Erfolg, der die Macht Russlands dem heimischen Publikum präsentieren kann, wieder zu neuem Schwung verholfen. Das betrifft insbesondere die Zeit, nachdem Putin mal eine Zeit lang aufgrund der russischen Verfassung, die er dann hat ändern lassen, nicht mehr als Präsident, sondern seine Rolle mit Medvedev, dem Premierminister getauscht hatte und mit Medvedev dann Präsident und er Ministerpräsident war. Und als das dann zurückgetauscht wurde, Putin wieder als Präsident kandidierte, gab es ja eine sehr breite Protestbewegung in Russland. Und die war eigentlich dann nach 2014, als er mehr oder weniger handstreichartig die Krim annektiert hatte, wie weggeblasen und er hatte Popularitätswerte, wo ihm selbst Leute aus dem Nawalny-Lager bescheinigen, die selber eigene Umfragen gemacht haben, dass seine Popularitätswerte da wieder bei 80% und mehr gelegen haben. Zur inneren Stabilisierung des eigenen Systems hat sich also immer wieder bewährt, eine Aggression nach außen zu begehen. Und so wie das ganze russische System aufgebaut ist, das ist ja eigentlich mehr oder weniger eine Kleptokratie. Da gibt es eine kleine Elite, die noch dazu ganz stark durch ihre Vergangenheit und Sozialisation aus den Sicherheitsapparaten geprägt ist, die quasi vom Export von Öl und Gas vor allen Dingen leben und dann eben noch andere Geschäfte haben im staatlichen Sektor, wo sie entsprechend gut verdienen. und das führt natürlich dann auch zu inneren Spannungen, weil das natürlich eine immer ungleichere Gesellschaft ergibt und da sind dann eben äußere Feinde äußerst nützlich. Das kann man schon bei George Orwell 1984 nachlesen. Klappt ja übrigens auch in westlichen Staaten immer wieder irgendwie ganz gut. Das ist jetzt nicht nur eine Besonderheit von Russland entsprechend. Wir sagen auf jeden Fall bezüglich NATO in unserem Eckpunktepapier, die Kritik an der russischen Aggression relativiert in keiner Weise unsere Kritik an den militärischen Aktionen und Kriegen der NATO-Staaten. Ein Aufrechnen im Stile des Whataboutism führt zu politischer Lähmung. Die Kopplung der Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO mit den Preisgaben des Schutzes von Menschen, die sich für ein unabhängiges Kurdistan einsetzen, ist nicht hinnehmbar. Also ähnlich wie wir gesagt haben am Anfang mit dem 100-Milliarden-Projekt, was ja auch ganz viel mit NATO und 2-Prozent-Ziel zu tun hat, dass wir das getrennt führen wollen, sehen wir auch hier, die NATO ist ein Problem. Das ist jetzt nicht eine friedliebende Streitmacht, die selbstlos für Menschenrechte eintritt. Aber man muss das Ganze halt hier auch wieder entsprechend entkoppelt sehen. Die NATO ist die NATO und diese russische Aggression, die kann man jetzt aber nicht einfach nur durch die NATO-Osterweiterung entsprechend rechtfertigen. Und was jetzt dann da, also ich denke mir immer so, wenn bei uns von der großen Wertegemeinschaft die Rede ist, wenn ich mir anschaue, was in der Türkei passiert, kann das mit Werten gemeinsam werten. Also wenn es gemeinsame Werte mit dieser Politik gibt, sind es auf jeden Fall nicht meine. Und wir sagen, der Krieg in der Ukraine ist kein singuläres Ereignis. NATO-Osterweiterung sowie Aufkündigung von internationalen Rüstungs-, Begrenzungs- und Kontrollverträgen haben nicht zur politischen Stabilisierung in Osteuropa beigetragen. Gleichwohl ist der Beitritt der baltischen Staaten und Polens in die NATO aufgrund ihrer historischen Erfahrungen nachvollziehbar. Das hatte ich ja ganz am Anfang auch schon mal erwähnt, dass es auch so ein bisschen diese Spaltung innerhalb des Westens gibt. Und wenn man einfach mal auf eine historische Landkarte anguckt, das ist so die Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland an Polen grenzte, ist das eben auch sehr verständlich. Einige Staaten gab es damals, wie Bulgarien und Rumänien. Ungarn war Teil von Österreich-Ungarn, aber die ganzen baltischen Staaten und vor allen Dingen Polen, das damals eigentlich schon eine eigenständige, staatliche Geschichte über viele Jahrhunderte hatte, war halt da zwischen Deutschland und Russland entsprechend aufgeteilt und ist da eben dann auch immer entsprechend um seine staatliche Eigenständigkeit besorgt, wenn man so eine Geschichte hat, wo man schon ein paar Mal über viele, viele Jahre von der Landkarte verschwunden war. Ja, ich bin jetzt eigentlich bald mit dem Ratspapier durch. Zu der Aufrüstung hatte ich ja schon gesagt, dass wir da bei Attacks sehr kritisch sind. Wir sagen da also, eine weitere Hochrüstung, wie mit dem in Deutschland beschlossenen 100-Milliarden-Paket und den längerfristig wirkenden NATO-Vorgaben zu 2% Militäretat stärkt die jeweiligen militärisch-industriellen Komplexe und verschärft die Kriegsgefahr. Das bestehende militärische Potenzial reicht zur gegenseitigen vielfachen Vernichtung längst aus. Also warum muss man, wenn man sich eh schon 100 Mal vernichten kann, auch noch ein 101. Mal? Produktion und Einsatz von militärischen Gütern verschärfen darüber hinaus die CO2-Bilanzen. Statt Geld in weitere Aufrüstung zu stecken, sollte sich die Bundesregierung für ernsthafte internationale Verhandlungen um Rüstungsabbau einzusetzen. Und auch denke ich, wenn das nicht wirklich die Ursachen des Krieges sind, aber wenn man Russland einen gesichtswahrenden Ausweg aus dem Krieg aufzeigen will, könnten die natürlich dann auch ihrem heimischen Publikum eine Abrüstungsvereinbarung, so nach dem Motto, jetzt haben wir es der NATO gezeigt, wir rüsten beide die Raketen ab und brauchen das nicht mehr, dann auch zum Beispiel als einen Erfolg verkaufen, so in diese Richtung. Es ist im Moment eher unwahrscheinlich, dass das irgendwie passieren wird, aber in die Richtung kann man ja durchaus mal denken und kann auch die Diskussion mal versuchen, in so eine Richtung, auch dann mit entsprechendem Druck auf internationaler Ebene eben über andere Staaten richten mit Diplomatie. Das wäre halt eine Möglichkeit, da Initiativen zu ergreifen. Was also zu tun ist, auf der einen Seite denke ich, wir brauchen eine Versachlichung der Debatte. Ich weiß nicht, ob mir das heute gelungen ist, da bin ich dann gleich auf Feedback gespannt. Wir brauchen auch einen Übergang von der Kriegs- zur Friedenslogik. In unseren Eckpunkten steht noch das eine, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir sehr dafür sind, Flüchtlinge aufzunehmen, auch insbesondere, egal aus welchem Land sie kommen, wenn sie keinen Kriegsdienst leisten wollen oder desertieren. Und emanzipatorische Bewegungen sollten sich von militärischen Logiken lösen und die Debatte um das 100-Milliarden-Paket auf die Finanzierung eines sofortigen sozial-ökologischen Umbaus der Gesellschaft lenken, der gemäß den neuesten Zahlen zur Klimaerwärmung keinen Aufschub mehr duldet. Und wir haben noch zwei weitere Punkte. Dann bin ich mit unserem Papier durch, das übrigens auch jeder mitnehmen kann, der sich für die Attackposition noch mal detaillierter nachlesen will. Die gesellschaftliche Diskussion um Stopp von Gas, Öl und Kohle aus Russland kann dabei den Druck auf einen schnellen Ausstieg aus den fossilen und deren Ersatz durch erneuerbare Energien erhöhen. Diese Situation gilt es zu nutzen. Nutzung von Kohle, Atomstrom und LNG-Gas sind der falsche Weg. Wie gesagt, das hatten wir schon vor einem knappen Jahr verabschiedet, hat sich leider nicht so ganz durchgesetzt. Waren auch Forderungen der Klimabewegung bei Fridays for Future zum Beispiel. Wir haben jetzt leider LNG-Gas-Terminals, beziehungsweise gegen einige, bei Rügen zum Beispiel, laufen noch große Proteste, die man unterstützen kann. Und ein weiterer Punkt noch, der attackspezifischer Blick ist, wo wir auch immer wieder von Menschen aus der Ukraine hören, dass wir uns doch in die Richtung einsetzen sollen. Durch den Krieg spitzt sich die Verschuldungskrise sowohl in der Ukraine als auch durch stark gestiegene Preise für Rohstoffe und Nahrungsmittel in vielen weiteren bereits stark verschuldeten Staaten noch weiter zu. Für diese Staaten fordern wir das Ende einer Politik neoliberaler Strukturanpassung und einen umfassenden Schuldenerlass. Im Moment wird ja da von IWF ganz stark Druck ausgeübt. Trotz des Krieges finden auch in der Ukraine jede Menge neoliberale Reformen statt, wo Arbeitsrechte, die ohnehin nicht auf dem Niveau vorhanden sind, wie wir sie in der EU kennen, werden weiter ausgehöhlt. Also dem müssen wir uns auch alle entgegenstellen. Und wo man sich engagieren kann, wo Attac dabei ist, das ist das Bündnis Stoppt das Töten in der Ukraine, gemeinsam mit ganz vielen anderen Organisationen aus der Friedensbewegung. Ähnlich wie bei Attac sind wir uns da auch nicht in allen Punkten einig. Zum Beispiel beim Thema Waffenlieferungen gibt es da sehr unterschiedliche Positionen. Es gibt Bündnispartner wie die DFG VK oder den Bund für Soziale Verteidigung, die Waffenlieferungen strikt ablehnen. Und es gibt andere wie uns bei Attac oder VVN BDA oder ich habe das selbst bei Pax Christi gehört, die sagen, die müssen sich irgendwie verteidigen können und dazu müssen sie auch von uns entsprechende Waffen bekommen. Das unterscheidet uns aber eben auch mit den Punkten, die in diesem Bündniskonsens sind und die ich am Anfang ja auch ganz stark herausgestellt habe mit den ersten beiden Forderungen, dass wir die Aggression Russlands klar verurteilen und uns in dem Bündnis auch sehr intensiv darüber Gedanken machen, dass das nicht nur eine Floskel sein kann, sondern was daraus dann eigentlich folgt, wenn wir das ernst meinen und eben, dass die Souveränität der Ukraine nicht verhandelbar ist und die russischen Truppen zurückgezogen werden müssen aus dem Staatsgebiet der Ukraine, ist quasi eine ganz wichtige Grundlage von unserem Bündnis. So sind wir auch entstanden, weil es leider einige Organisationen in der Friedensbewegung im letzten Jahr gegeben hat, die sich geweigert haben, in ihre Aufrufe zu schreiben, dass sie die russische Aggression verurteilen und wir dann eben gesagt haben, dann müssen wir eine Alternative schaffen und so ist eben dieses Bündnis entstanden und da ist Attac seitdem mit aktiv. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergehen wird. Wir planen im Herbst wieder weitere Aktionen und würde mich freuen, wenn sich da vielleicht auch in Fulda Menschen entsprechend anschließen. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt schon erstmal viel genug geredet und gibt wahrscheinlich auch viel Stoff für Debatte und Diskussion. Also ich weiß gar nicht, wo man da irgendwie anfangen soll. Was ich auch in der Friedensbewegung sehr kritisch sehe, ist, dass wir zwar immer wieder bei einzelnen Veranstaltungen viel über Kriegspropaganda hören, aber immer nur über westliche und ich glaube, es gibt ganz viele Narrative von der russischen Kriegspropaganda und da gehört jetzt vieles von dem, was hier gesagt worden ist, auch dazu, wo der kritische Umgang irgendwie mit fehlt. Und wenn man ein bisschen recherchiert zu Putin und seinem Verhältnis zur Ukraine, da finden sich schon so Art Versuchsraketen, wo er gegenüber westlichen Staatschefs, zum Beispiel polnischen Präsidenten, wo der hinterher gesagt hat, man wusste nicht genau, meint er das jetzt ernst oder nicht, Angebote gemacht hat, wir könnten doch die Ukraine aufteilen. So nach dem Motto, die alte Grenze wie damals gab ja da den Westteil um Lviv, den könnte ja wieder zu Polen irgendwie kommen, wie vor dem Zweiten Weltkrieg und ein Stück vielleicht noch, wo ungarische Minderheit wohnt, zu Ungarn und der Rest eben dann zu Russland, wie es früher in der Sowjetunion oder im russischen Zahnreich entsprechend vor dem Ersten Weltkrieg gewesen ist. Und da gibt es etliche, die solche Dinge irgendwie erzählen. Es gab die ganzen Reden, die Putin gehalten hat. Die kann man auf der Seite des Kreml sich in Englisch nachlesen, wo er sagt, und das ist die Ideologie des alten Zahnreiches, das Zahnreich, das hatte eine Ideologie, das ist quasi auf den drei Säulen beruht, die Russen, die Ukrainer und die Weißrussen, das waren quasi so die tragenden Säulen natürlich mit dem Führungsvolk der Russland. Das ist vorher passiert. Das war ja das große Erschrecken auch in der Ukraine, als Putin diese Rede gehalten hat. Das ist ein Jahr vor diesem Großangriff passiert gewesen. Und es gibt natürlich auch die ganzen Geschichten mit Krim und mit den Donbass-Republiken, wo Russland auch immer ein falsches Spiel gespielt hat. Bei der Krim auch zuerst gesagt, damit haben wir nichts zu tun und am Ende irgendwie gesagt, ach, wir waren es doch. Und beim Donbass, ja, die machen da gerade Urlaub. Also man sieht auch bei ganz vielen Dingen, die da in Russland gerade kommen, dass auf zynische Art und Weise quasi, auch durchaus ja mit einer Doppelmoral, die es im Westen auch gegeben hat, die Kriegsbegründungen, die Putin irgendwie geliefert hat mit Massenvernichtungswaffen, und das ist natürlich eine Persiflage auf Busch im Irak. Und das waren Dinge, die waren vorher da. Man hat ja auch die ganzen Pläne gefunden, wie das Ganze hätte vonstatten gehen können. Und dazu gehörten ja auch Luftlandetruppen, die in Kiew den Flughafen besetzt haben und dann in die Stadt eindringen sollten, um die Regierung festzusetzen. Die Paradeuniformen, also wenn die wirklich nur Manöver gemacht hätten, wer fährt denn mit seiner Paradeuniform ins Manöver? Wo hätte denn die Parade stattfinden sollen, die man in den Panzern gefunden hat? Wer sagt denn, dass sie keine Landkarten hatten? Dann haben die Ukrainer gesagt, haben die Ukrainer, die die ganze Situation festgenommen haben und mit denen gesprochen haben. Ich habe es doch vorhin auch erklärt, der Nachschub, der dann hätte kommen sollen, der war nicht entsprechend militärisch ausgebildet und ist von der ukrainischen Armee angegriffen worden. Deswegen kamen die nicht. Die haben vorne auf ihr Benzin gewartet, das nicht durchgekommen ist. Also ich habe natürlich auch keine Antwort drauf. Ich glaube, derjenige, der die Antwort hätte, der würde sofort den Friedensnobelpreis sich abholen können. Aber ich habe ja versucht, so ein paar Antworten zu geben, über was man eigentlich reden müsste und was man tun müsste, um sich da etwas näher heranzutasten. Also das eine ist erstmal, dass wir selber auch die Sicht aus der Ukraine ernst nehmen müssen, wenn wir ernsthaft Friedensvorschläge machen wollen, dass das auch Vorschläge sein müssen, die den Menschen in der Ukraine vermittelbar sein müssen. Das zweite ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir auch auf internationaler Ebene entsprechend stärker mit Diplomatie aktiv sind und dass der Westen daran arbeiten muss, dass er da auch insofern ernst genommen wird, dass er, glaube ich, bei vielen ziemlich schlechten Ruf aufgrund von vergangener Doppelmoral hat. An dem müsste man arbeiten, um da entsprechend zum Zuge zu kommen. Ich hatte das mit den Sanktionen erwähnt, wo man möglicherweise Druck aufbauen kann. Worüber man weiter diskutieren kann. Und dann muss man es halt immer wieder versuchen, dann mit Friedensinitiativen und die Bestehenden entsprechend zu unterstützen. Und es gibt natürlich auch empirische Forschung aus der Friedens- und Konfliktforschung, die sagen, irgendwann, wenn beide Seiten merken, und das hat natürlich dann auch was damit zu tun, dass das eine Erkenntnis ist, die in den unterschiedlichen Bevölkerungen reifen müssen, dass die dann so einen Frieden mit tragen. Wenn die Verluste immer größer und größer werden, dann wird so ein Krieg auch irgendwann wahrscheinlich irgendwie beendet, weil alle einsehen, wir opfern hier immer nur mehr und mehr und es kommt irgendwie nichts bei raus. Und da mit allen Seiten im Gespräch zu sein und zu versuchen, diesen Erkenntnisprozess vielleicht in der einen oder anderen Form abzukürzen, wäre vielleicht auch was Hilfreiches, dann endet der Krieg sicher auch nicht sofort, aber vielleicht ein bisschen früher als später. Aber dazu wäre es natürlich auch erstmal notwendig, dass die Friedensbewegung in Deutschland, wir haben uns darum in dem Bündnis schon bemüht, wir hatten schon Veranstaltungen mit Menschen aus der Ukraine und mit Menschen von zum Beispiel Memorial aus Russland oder auch aus Moldawien, dass da so eine gewisse Gesprächslosigkeit überwunden wird. Und es gibt auch übrigens viele Friedensorganisationen oder Prozesse, die da eigentlich schon ganz gut Kontakte haben und mit diesen Menschen reden, weil die schon seit 2014 in den Konfliktgebieten entsprechend moderierende Prozesse versucht haben und da über ganz gute Kontakte verfügen, das also mit zu unterstützen. Aber manchmal ist man einfach zu schwach und gibt es nicht so den einen Hebel, mit dem sich alle Probleme der Welt lösen lassen, kann man nur versuchen, irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, dass es etwas schneller zu einer für alle akzeptablen Lösung kommt. Also, tut mir leid, ich habe ein gewisses Problem, wenn ich irgendwie höre, wir müssen etwas anbieten. Ich finde, es ist nicht in unserem, auch nicht der Westen, das ist ganz allein Sache der Ukrainer zu verhandeln und zu entscheiden, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen wollen. Ich glaube auch, dass es irgendwann zu einer Situation kommt, wo sie verhandeln wollen. Ich habe ja gesagt, in der klassischen Friedens- und Konfliktforschung, in solchen Konflikten, wenn beide Seiten merken, sie kommen da irgendwie nicht weiter, wenn jetzt wirklich die Front festgefahren sein sollte, wird wahrscheinlich die Ukraine verhandeln wollen irgendwann und Russland möglicherweise auch irgendwann verhandeln wollen. Also, ich sehe auch die Situation der Ukraine nicht als so rosig an. Man würde jetzt abwarten müssen, wie gesagt, ich würde ihnen gönnen, wenn sie da so einen Durchbruch irgendwie machen würde, aber ich höre auf der anderen Seite auch, dass es eine wahnsinnige logistische Leistung ist, mit so verbundenen Waffensystemen zu arbeiten, dass irgendwie da Kampf- und Schützenpanzer und Minenräumung und dass das jahrelang eigentlich geübt werden muss, damit das gut funktioniert und dass das wohl im Moment nicht so funktioniert, wie wahrscheinlich irgendwie notwendig wäre. Muss man mal irgendwie gucken. Außerdem haben die ein riesengroßes Problem, was wohl auch der Albtraum jeder Armee ist, wenn ich irgendwie nicht lauter Leoparden habe, sondern Bradley's und weiß nicht, wie die französischen irgendwie heißen und was es da sonst noch irgendwie so gibt und du für diese ganzen unterschiedlichen Systeme Logistikketten brauchst. Also ich halte den ganzen Krieg für die Ukraine, nur weil der Westen immer wieder neue Waffen liefert, in der Form irgendwie nicht automatisch für gewonnen und ich sehe auch nach wie vor bei den Amerikanern eine gewisse Zurückhaltung, denen jetzt nicht alles so zu liefern, wie sie es irgendwie haben wollen, sondern da sind schon immer noch gewisse Einschränkungen und man guckt, dass das Ganze nicht zu sehr eskaliert. Aber in dem Moment, wo tatsächlich eine Verhandlungsbereitschaft da ist, müssten ja dann auch Konzepte auf dem Tisch liegen, müssten Menschen da sein, die solche Verhandlungen führen können. Und da können wir schon mal eine Menge zu beitragen. Die ganzen Fragen, wie sieht ein Sicherheitskonzept aus, ist völlig offen. Da bräuchten wir eigentlich mal Leute, die sich wirklich intensiv Gedanken machen, was man da dann eigentlich in solchen Verhandlungen einbringen und anbieten kann. Auch viele andere Geschichten, Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, Wiederaufbau, wie sowas alles organisiert werden sollte. Auch unsere eigenen Erfahrungen in Deutschland, wo wir nach dem Ersten Weltkrieg mit Versailles in den Zweiten Weltkrieg gekommen sind und dann, obwohl wir Kriegsverbrechen ohne Ende begangen hatten, Londoner Schuldenabkommen und was es alles gab, damit hier der Wiederaufbau irgendwie beginnen konnte. Das auch als eine Vision für eine zukünftige Zusammenarbeit mit Russland, was ja auch einer russischen Elite, die vielleicht im Moment irgendwie ratlos sagt, naja, eigentlich ist das alles gerade scheiße, aber jetzt hängen wir da drin und finden nicht raus, einen Ausweg weisen könnte aus diesen ganzen Geschichten. Das sind alles Dinge, die man irgendwie tun könnte, die jetzt sicherlich nicht von heute auf morgen den Krieg beenden, aber das wären eben Dinge, für die man sich einsetzen müsste, meines Erachtens, um ihn eher schneller als länger zu Ende zu bringen. Ja, also was hier auch gerade gesagt worden ist, also auch da zur Beschlusslage von Attac, Querdenker sind zum Beispiel Menschen, die in Herrn Ballweg einen Helden sehen, die Mitglieder der Partei die Basis sind und das sind alles Menschen, die in Attac nicht mitarbeiten können, weil die für Prinzipien stehen, die unseren Grundsätzen diametral entgegenstehen. Vielen Dank.